Persönlich bin ich ein Gegner einer Ausgangssperre. Ein gutes Beispiel, dass Ausgangssperren nichts bringen, ist in meinen Augen Italien. Denn Italien hat es nicht geschafft, mit der Ausgangssperre, mit dem Lockdown, die Weiterausbreitung der Infektionen zu verhindern. Für mich ist gerade Italien, aber auch Frankreich kein Beweis, dass Ausgangssperren in dieser Situation was bringen.